Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich befasse mich in diesem Video mit dem sogenannten Wirkungsgrad Äther und vergleiche ihn mit dem Wirkleistungsfaktor Cosinus Phi. Zunächst schaue ich mir nun den Wirkungsgrad Äther an. Das ist die durchaus einfacher zu verstehende Größe. Ich betrachte dazu eine einfache Glühlampe. Dieser Glühlampe wird eine Leistung zugeführt P zu. Sie gibt eine Nutzleistung ab P Nutz in Form von Licht. Sie erwärmt sich allerdings auch sehr stark und gibt damit auch eine Verlustleistung PV ab. Die zugeführte elektrische Leistung wird dabei also umgesetzt in die Nutzleistung in Form von Licht und in die Verlustleistung PV. Und ich kann nun diese beiden Größen einfach zusammenzählen und komme damit auf die zugeführte Leistung. In der Praxis hat es sich allerdings nun durchgesetzt, dass man den sogenannten Wirkungsgrad Äther betrachtet. Der griechische Buchstabe Äther wird dafür benutzt. Und zwar setzt man dabei die Nutzleistung ins Verhältnis zur zugeführten Leistung. Da die Nutzleistung hier in Form von Licht nun nicht größer sein kann als die zugeführte Leistung, ergeben sich damit für Äther Werte, die unterhalb von 1 liegen. Im besten Fall kann es eine 1 werden, nämlich dann, wenn ich ausschließlich Nutzleistung hier bekomme. Es kann aber auch einen Wert von 0 annehmen, nämlich dann, wenn überhaupt keine Nutzleistung vorhanden ist. Der Wertebereich von Äther, dem Wirkungsgrad, beschränkt sich nun also auf Zahlen zwischen 0 und 1. Häufig wird allerdings auch die 0 mit 0% beschrieben und die 1 wird als 100% gesetzt, so dass in diesem Fall dann also ein Wirkungsgrad von 0% bis 100% sinnvoll ist. Ich werde nun ein kleines Beispiel durchrechnen. Dazu benutze ich abermals die Glühlampe. Glühlampen haben tatsächlich einen sehr miserablen Wirkungsgrad, der bewegt sich nämlich in der Größenordnung von 3 bis 5%, sprich von 0,03 bis maximal 0,05. Bei meiner kleinen Berechnung setze ich nun eine Lampe voraus, die 75 Watt aufnimmt. Das ist die zugeführte Leistung, die hier üblicherweise angegeben wird. Und ich nehme hier ein Wirkungsgrad von 4%, sprich 0,04 an. Aus diesen beiden Werten möchte ich nun die Nutzleistung ermitteln und auch die Verlustleistung. Da ich nun die zugeführte Leistung mit 75 Watt kenne und auch den Wirkungsgrad kenne, andererseits aber die Nutzleistung suche, kann ich diese kleine Formel nun auf die Nutzleistung umstellen. Das ist PNutz gleich ETA mal P zu und setze ich nun in diese Formel die entsprechenden Werte ein. So komme ich hier auf eine Nutzleistung von 3 Watt. Wenn ich nun diese 3 Watt von der zugeführten Leistung abziehe, erhalte ich damit die Verlustleistung, die den größten Teil ausmacht, nämlich 72 Watt. Eine Glühlampe mit 75 Watt wird also 3 Watt der zugeführten Leistung in Licht umsetzen und 72 Watt in Wärmeleistung. Vor allem im Hinblick auf den Wirkleistungsfaktor Cosinus Phi muss mir hierbei nun klar sein, dass die zugeführte Leistung, die von außen hier elektrisch an die Glühlampe herangeführt wird, in der Glühlampe vollständig in andere Leistungen umgesetzt wird, nämlich die Nutzleistung und die Verlustleistung. Das ist, wie wir gleich sehen werden, keineswegs selbstverständlich. Grundsätzlich gilt diese Betrachtung natürlich nicht nur für Glühlappen, sondern für alle Arten elektrischer Verbraucher und auch darüber hinaus von Geräten. Und so kann ich nun diese Betrachtung, die wir gerade angestellt haben, auch auf einen Elektromotor übertragen. Auch dort wird eine Wirkleistung zugeführt. Ein Teil davon wird in Verlustleistung umgesetzt und ein Teil, so wie es sein soll, wird dabei in eine Nutzleistung umgewandelt. Auch hier rechne ich wieder ein kleines Beispiel durch. Ich nehme einen Drehstrommotor an mit einem Wirkungsgrad ETA von ungefähr 0,95. Das entspricht 95 Prozent. Und ich setze dabei voraus, dass der Motor an seiner Welle eine Nutzleistung von 30 kW abgeben kann. Üblicherweise ist es bei Motoren tatsächlich so, dass dort nicht die zugeführte Leistung auf dem Typenschild angegeben wird, sondern die an der Welle nutzbare Leistung P Nutz. Aus der Nutzleistung und dem Wirkungsgrad möchte ich nun die zugeführte Leistung ermitteln. Dazu muss ich die oben genannte Formel umstellen auf P zu. Daraus folgt P zu ist gleich P Nutz durch ETA. Hier kann man sich schon an dieser Stelle klar machen, dass hierbei ein Wert durch eine Zahl geteilt wird, die etwas kleiner ist als 1 und somit kommt bei dieser Division ein Wert raus, P zu, der etwas größer ist als dieser Wert. Das muss auch der Fall sein, denn die zugeführte Leistung muss selbstverständlich größer sein als die Leistung, die ich hier hinten abgreifen kann. Ich habe nun die beiden Werte eingesetzt und komme hier auf eine Leistung von 31,6 kW, die ich diesem Motor zuführen muss, damit an der Welle tatsächlich 30 kW abgegriffen werden, unter der Voraussetzung, dass ich einen Wirkungsgrad von 0,95 beziehungsweise 95 Prozent habe. Ich sollte mich allerdings hier nicht zu sehr täuschen lassen, denn trotz dieses sehr guten Wirkungsgrades tritt immer noch eine Verlustleistung von 1,6 kW auf. Um die zu ermitteln, ziehe ich von der zugeführten Leistung 31,6 kW die an der Welle abgegriffene Leistung von 30 kW ab und komme eben auf diese 1,6 kW, die den Motor noch ordentlich aufheizt. Die bisher gemachten Betrachtungen sind also für den Motor und auch für die Glühlampe analog. Das heißt, es gibt hier im Wesentlichen keinen Unterschied. Was hat es aber nun mit dem Wirkleistungsfaktor Cosinus Phi auf sich? Der Wirkleistungsfaktor, auch Wirkfaktor, Cosinus Phi genannt, ist grundsätzlich vollkommen zu unterscheiden von dem bisher besprochenen Wirkungsgrad. Der Wirkleistungsfaktor Cosinus Phi tritt dann auf, wenn ein elektrisches Gerät in der Lage ist, von der insgesamt aufgenommenen Leistung ein Teil wieder in das Netz zurückzuspeisen. Es wird also zunächst eine Leistung zugeführt und ein Teil dieser Leistung wird von der Maschine wieder ins Netz zurückgegeben. Es bleibt natürlich auch ein Anteil übrig, der wiederum in Verlustleistung und in Nutzleistung umgesetzt wird. Das ist die sogenannte Wirkleistung P zu. P zu wiederum kann man nun ermitteln, indem man die sogenannte Scheinleistung, die hier zugeführt wird, mit dem Faktor Cosinus Phi multipliziert. Daher der Name. Cosinus Phi ist der Faktor, der mir die Wirkleistung liefert. Die Wirkleistung, die zugeführte Wirkleistung wird durch diesen Faktor ermittelt, den ich auf die sogenannte Scheinleistung anwende. Die vom Motor ins Netz zurückgespeiste Leistung nennt man Blindleistung QL. Es gibt also den sogenannten Wirkungsgrad Eta, der die Nutzleistung ins Verhältnis setzt zur zugeführten Leistung. Und es gibt auch den sogenannten Wirkleistungsfaktor, auch Wirkfaktor genannt, nämlich Cosinus Phi, der wiederum die zugeführte Wirkleistung ins Verhältnis setzt zur sogenannten Scheinleistung. Der Name des Wirkleistungsfaktors entsteht eben dadurch, dass dieser Faktor mir ermöglicht, aus der Scheinleistung die Wirkleistung auszurechnen. Wie kommt es aber nun zu der sogenannten Blindleistung QL, die sogenannte induktive Blindleistung, und der Scheinleistung S? Dazu muss man wissen, dass Motoren im Wesentlichen aus Spulen aufgebaut sind. Und betreibt man Spulen, so wird um die Spulen herum ein nennenswert großes magnetisches Feld aufgebaut. Wir sehen das hier durch die grünen Feldlinien angedeutet. Das heißt, wenn ein Strom durch eine Spule fließt, wird um die Spule herum ein magnetisches Feld erzeugt und in diesem magnetischen Feld wird auch Energie gespeichert. Die Erzeugung dieses magnetischen Feldes ist ja gerade Sinn eines Motors, denn nur mithilfe dieses magnetischen Feldes ist es möglich, eine Drehbewegung zu erzeugen. Um dieses Feld nun aufzubauen, wird also zunächst eine Leistung in die Spulen hinein gebracht. Da ich einen Motor nun wiederum bei einem Wechselstrom betreibe, wird dieses magnetische Feld permanent auf- und abgebaut. Beim Abbau des magnetischen Feldes kommt es aber nun dazu, dass die in diesem Feld gespeicherte Energie in der Spule wiederum eine Spannung induziert. Diesen Vorgang nennt man Selbstinduktion. Unter dieser Selbstinduktion wird nun ein Teil der elektrischen Energie, die von außen zugeführt wurde, eben nicht in Wirkleistung umgesetzt, die der Motor wiederum verwenden kann, sondern ein Teil davon wird eben ins Netz zurückgedrückt und das ist die induktive Blindleistung QL. Betrachte ich nun den Wirkleistungsfaktor Cosinus Phi, so spielen die sogenannte Scheinleistung eine Rolle. Die Blindleistung QL ist wichtig, aber auch die zugeführte Wirkleistung P zu. Aufgrund der sogenannten Phasenverschiebung, die zwischen der hier angelegten Spannung und dem fließenden Strom existiert, ist es nun so, dass nicht etwa die zurückgespeiste Blindleistung QL und die im Motor verbliebene Wirkleistung P zu einfach zusammenaddiert werden können, um auf die zugeführte Scheinleistung S zu kommen, sondern diese drei Größen sind quadratisch miteinander verbunden. Ich gebe also hier eine Scheinleistung in das Gerät hinein, zurück kommt eine Blindleistung QL und im Motor verbleibt die Wirkleistung P zu. Es ist aber eben nicht eine einfache Addition anzuwenden, sondern ich muss hier quadrieren. Grund dafür ist tatsächlich die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung, die hier am Eingang im elektrischen Netz auftritt. Ich werde hier im Detail nicht näher erklären, warum es dabei zu dieser quadratischen Gleichung kommt. Schaue ich mir nun diese drei Größen in dieser Gleichung an. So sehe ich die Analogie mit dem Satz des Pythagoras. Beim Satz des Pythagoras wird ja die Hypotenuse quadriert und die Addition der beiden Katheten jeweils zum Quadrat ergibt eben genau die Hypotenuse zum Quadrat. Ich kann daher diese Gleichung nun auch als rechtwinkliges Dreieck darstellen. S ist die Hypotenuse, QL ist eine der beiden Katheten und P zu ist die andere Kathete. Wie ich aus dem Satz des Pythagoras weiß, muss ich eben diese Seite quadrieren, diese Seite quadrieren, zähle diese beiden zusammen und komme damit auf das Quadrat dieser Länge. Der Phasenverschiebungswinkel Phi, der zwischen der außen angelegten Spannung und in den Motor hineinfließenden Strom zu messen ist, kann nun genau an dieser Stelle abgetragen werden. Der besteht eben nicht nur zwischen der Spannung und dem Strom, sondern auch zwischen den Größen S und P. Hier befindet sich nun also der sogenannte Phasenverschiebungswinkel Phi und bilde ich daraus den Cosinus dieses Winkels. So muss ich die anderen Kathete, das ist diese Kathete, P zu, teilen durch die Hypotenuse. Das ist in diesem Bild S, so dass sich also hier für den Cosinus Phi das Verhältnis von P zu zu S ergibt. Zum Abschluss werfe ich nun noch einmal einen Blick auf den sogenannten Wirkungsgrad. Der stellt nun die Nutzleistung zur zugeführten Leistung ins Verhältnis und ist im Grunde bei allen Verbrauchern wichtig. Sowohl bei solchen Verbrauchern, die eine Blindleistung ins Netz zurückspeisen, als auch bei solchen Verbrauchern, die das nicht tun. Der Wirkleistungsfaktor Cosinus Phi, der die zugeführte Wirkleistung zur sogenannten Scheinleistung ins Verhältnis setzt, ist wiederum nur dann wichtig, wenn ich es mit einem Verbraucher zu tun habe, der zum Beispiel aufgrund von Spulen Blindleistung ins Netz zurückspeist. Die vorhin genannten Größen für den Wirkungsgrad gelten allerdings auch hier. Über die induktive Blindleistung hinaus kann es auch kapazitive Blindleistung geben, die dann erzeugt werden, wenn die entsprechenden Verbraucher über Kondensatoren verfügen. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen diese beiden Begriffe Wirkungsgrad, Eta und Wirkleistungsfaktor Cosinus Phi etwas näher bringen. Ich hoffe natürlich auch, dass Ihnen das Video gefallen hat und ich würde mich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.